Oh man, ich weiß echt nicht, was schlimmer ist. Der Hund oder die Katze? Also für mich ist es eindeutig die Katze. Die Haare kriegst du nie wieder aus der Kleidung raus. Aber ich meine, der Hund, der war doch auch ziemlich... Ich meine, er hatte drei Köpfe. Das finde ich ziemlich paranormal. Es waren doch sechs, oder? Du weißt doch gar nicht, was paranormal bedeutet. Äh, doch. Nein. Nein. Doch. Halt zu, wenn Ron sagt, dass er das weiß, dann weiß er das, okay? Ja, ist klar. Der weiß ja nicht mal, was Isopropylpropyl für mir, Barbitrosaurus, Phenildimethylaminophorazolone ist. Und das war es ja nur jeder. Der kann sich ja nicht mal selber ein Brot schmieren. Ich will nichts mehr mit euch zu tun haben. Ihr Wichser. Ich wette, morgen hängt sie wieder mit uns rum. Sie sagt doch und ich sag nee. Sie sagt doch und ich sag nee. Sie sagt doch und ich sag nee. Sie sagt doch und ich sag... Nee, Lied vom Inhalt. Bla, 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 bla. Nee, Lied vom Inhalt. Bla, 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 bla. Du musst mich auch mal ausreden lassen, sonst wirst du noch den Inhalt dieser Geschichte verpassen. Denn es nützt nichts, um den heißen Brei herumzureden. Sonst fragt dich doch jeder, worum geht's denn? Ich sag jetzt einfach mal frei heraus, was bei mir geht. Damit auch jeder die Hintergrund-Story versteht. Ohne lange Umschweife komme ich auf den Männer. Ich komme auf den Punkt, 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 Penner. Ich verliere mich nie in Nebensächlichkeiten. Ich hab die besten Argumente, wenn wir streiten. Du sagst doch und ich sag nee. Du sagst doch und ich sag... Nee, Lied vom Inhalt. Bla, 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 bla. Nee, Lied vom Inhalt. Bla, 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 bla.